Ja, cheers Freunde. Ich hab mich gefragt, ist Theos For You Page peinlich? The only reason why the pyramids are in Egypt is because they're too heavy to be carried to the British Museum. Ich liebs, das ist mein Humor. Theo, du hast mein Humor. Das ist kein Problem. Ich kann dir, wenn du willst, mal deine For You Page trainieren. Warum triggert deine For You Page mich? Das war auch der Tag, an dem ich ihn verlassen habe, da ich ihn nicht mehr liebte. Als Rache hatte dann meine Cousine vergewaltigt. Es ist nicht lustig. Nein, es ist ja schon ein Sketch-Comedy-Ding. I hope so. Fun Fact, bin gar nicht hingefallen. Ah. Gestaged. Kannst du dich damit identifizieren? Ich? Du bist halt teilweise für Monate nicht erreichbar gewesen. Und man wusste wahrscheinlich in irgendeinem Van durch die Welt gedingst. Look at me now. Und jetzt ist er wirklich verlässlich. Das ist Theo 2.0, Leute. Theo 2023. Und wenn es genauso weitergeht, werden auch wir. So, huch. Hoppala. Das war doch gestaged. Auf dich.